Ja, ich bin jetzt extra aufgestanden, ziemlich früh um 5 Uhr. Wir müssen mich noch erst mal gar noch machen. Ich habe mir mal hingelegt zum Schlafen und siehe da, die Hänger sind weg. Ich wollte gerade den Hänger wegbringen. Okay, wir haben das noch. Ja, jetzt müsste ich auch mal gleich gucken, was wir jetzt nächstes machen. Ich denke mal, wir werden auch mal wieder einen Job annehmen müssen. Kartoffeln oder was? Ja, Kartoffeln ernten auf Feld 12. Das ist das Problem. Jetzt muss ich ja wieder das Ganze gespannen mieten. Weil wenn ich die Maschine selber miete und mir einen Hänger miete, das ist doof. Was haben wir im Nachflügen? Das sind doch mal so eine Hunde. Wow. 118.000. Das wäre natürlich was, da können wir uns wieder sowas kaufen. Ja komm, dann leihen wir uns zittert. Gerste. Wir sollen Gerste ausbringen auf Feld 2. Ja komm, dann machen wir das. Vertrag akzeptieren. Aktiv, genau. Ja gut, dann fahren wir mal zum Händler. Warte mal. Ne, 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 ne. Das machen wir jetzt anders. Ich kaufe erstmal schnell ein PKW. Und zwar habe ich ja hier einen schönen Land Rover, genau. Konfigurieren. Wie mit Fenster. Ach so. Ja, ja. Na klar. Ne, ne, wir machen schon. Ne, wir machen links-länger. Genau. Das sieht doch cool aus, oder? Ja, komm, wir machen links-länger. Beleuchtung. Ach da, okay. Hm. Ne, aufkleber wollen wir machen. Dichtleistung, wo ändert sich das denn? Ach da oben. Ja, da ist mal so. Hä? Standard so. Ja, so sieht es schon schöner aus, oder? Ja. Ja, kommt immer halt. Mhm, 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 mhm. Hauptfarbe machen wir mal grün. Fellenfarbe machen wir mal grün. Fellenfarbe natürlich, äh, schwarz. Mhm, 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 mhm. So, okay. Den kuchen wir. Und dann können wir mit denen nämlich durch die Gegend fahren. Und zurück. 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 Wow. Richtig cool aus. Hören wir mal ein Brot reinstecken hier. Schön schön. Oh. Wow. 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 Das geht, wa? 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 Da drinstehen wir mal hier vorne hin. So. Dann stecken wir mal aus. Und dann suchen wir mal darüber. Ich muss ja wahrscheinlich das Saatgut auch wieder kaufen. Naja, wir stecken das mal in den Ofen hier ein. Wow, der hat sogar GPS, jetzt sag ich mal ganz gut, wir lenken der Knickirgend, ja. Ja. Und dann haben wir das. so was hat der gesagt was soll ich machen gerste saatgut kurven das zitiert hier mit dem saatgut kurven bigpacks auswählen, genau, saatgut die erste machen wir mal kann man das denn auswählen? wieviel brauche ich denn da überhaupt? ich kaufe mal 10er ach ach, 8er geht los dann nehme ich mal kurz raus ich hoffe ich hätte mir jetzt nicht hier irgendwas falsch gekauft ich hoffe mal, dass es jetzt richtig ist kann man das nicht irgendwo auswählen? ne, ne säenmaschine ausschalten ne ah, saatgut wählen, weizen gerste, genau, jetzt haben wir gerste bra super und feld 2 war das genau ok, dann fangen wir mal los feld 2 müssten wir mal gucken, wo das ist, ne wir sind da oben ja, wir fahren dann mal durch den ganzen Dörfer ja, das ist den Moteco drin, dass man sich hier nicht weiter rumdrehen kann, also das ist das, wo man im realen gucken könnte halt mal so so nach einer ewigkeit hat es mal geschafft hier anzukommen wir klappen die mal auf und dann und dann werden wir mal GPS anschalten und dann geht es los so wir machen mal achso, ja, wir müssen ja auch mal irgendwie uns hier gerade hinstellen das ist ja mit dieser knicklinge gar nicht so einfach ey so noch ein bisschen halten wir an wir haben ungefähr die gerade Richtung ne, nicht wirklich so jetzt jetzt werden wir mal die Karte anmachen 267 Grad den machen wir erstmal automatisch hat er gesagt? ach das hat er gesagt? das 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 247 Richtung setzen, haben wir haben wir auch an ok gps an senken senken ach nee und ich würde sagen auf geht's das ta die das heißt an Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.